Hallo und herzlich willkommen zu Let's Fun GTA 4 Multiplayer mit mir, den Jossel und mit Zockerstation1996. Hi! Wir sind hier im Flughafen, liebe Freunde, nur wie beide. Ja, ich habe den Zockerstation kennengelernt und wir haben uns beschlossen, dass wir das aufnehmen. Und da kommt auch schon, der Penner, zu mir. Ja, ich bin auf dem Weg. Oh, du Penner! Oh, Mann! Du musst noch eine Menge lernen. Ja, ich weiß. Ah, nee, eigentlich soll das ja heißen Let's Fun Together, ne? Genau, da ist es egal. Das heißt, kein Let's Play, das heißt kein Let's Play, sondern ein Let's Fun. Wir werden Spaß haben, also. Ha, das war knapp, du hast mich nicht mehr gekriegt. Damit habe ich gerechnet. Oh, Mann! Jawoll! Jetzt pass auf. Boah, ganz knapp. Jetzt komme ich mit Panzerfaust, jetzt reicht's. Wenn ich mal eine finden würde. Möchtest du? Ah, ich habe schon eine gefunden. Ja, ich bin schneller. So, jetzt haue ich dich mal in Grund und Boden. Ach, du treffst mich nicht mit Nabakus-Bazooka. Doch! Ich habe die Macht der Musik. Zitat von Spongebob. Ja. So, wo bist du? Du musst ja aber weit laufen. Ganz weit weg, ganz weit weg, wo du nicht bist. Komm nur her. Ja, Frau. Oh, Alter, hast du mich gesehen? Hä? Weiß ich nicht. Nein! Nein, Alter, nein! Nein! Penner! Penner! Komm her! No, Pseudor! Oh, Mann! Jetzt habe ich dich auch noch gekillt. Aber leider zu spät. Aber egal. Die Panzerfaust ist... Ist nix. Die Panzerfaust ist nix, wenn der Gegner wegrennt. Habe ich mal festgestellt. So ganz nebenbei. Ich hole mir nochmal die Bazooka hier. Raketenwerper. Ich bräuchte lieber mal ein Auto oder so. Aber hier ist gerade keins. Oder hol doch ein Helikopter! Ja, wenn ich einen sehen würde. Der in der Nähe ist. Kriegst du am Ende von dem Flughafen. Ah, du hast... Oh! Jawoll! Mein Gott! Meine Presse! Ich habe nur ein Schlaschen. Egal. So, jetzt habe ich einen... Versuch du, mich mal zu finden jetzt. Okay, warte. Bin dran. Fail! Haha. Ich glaube es nicht. Fail! Oh, ja! Wie ging das jetzt? Ich hab dich nicht mal gesehen richtig. Gut, dann halt auf die andere Methode. Die hoffentlich wirkungsvoller sein wird. Welche Methode? Tja. Wenn ich die Methode gerade mal finden würde. Mein Gott. Ich habe kein Auto. Hey, Mann, ja? Folg mir mal. Jo. Oder Moment. Steig mal in den Wagen. Moment mal, ich komme mal mit dem Wagen, ja? Ja. Aber töte mich nicht. Ich zeig dir das jetzt, wa? Ja. Warte, wo das Helikopter-Dingens ist. Den werde ich dir zeigen. Betten da. Du wirst jedes Mal einen Helikopter holen. Hier, ich steig ein, Schlampe. Ja. Crack not there. Bleib bestehen. Moment. Ja. So, jetzt kannst du losfahren. Alter! Aha, tschüss. Ha, du triffst nicht. Oh, doch, er triffst. Du bist nicht schlecht. Und du hast mir schon gut Leben abgezogen. Mein Gott. Ich bin so schlecht in dem Spiel. Das könnt ihr gar nicht glauben. So, jetzt tue ich dich umfahren. Oh, Penner. Das steht da hinterm Dings. Ah, das wäre ein guter Stunt gewesen. Wartet mal. So, den werde ich jetzt natürlich nochmal ausführen. Für euch. Liebe YouTube-Freunde oder Gemeinde. Komm, ich hab dich getroffen, oder? Ja. Hast du gerade. Aber, warte, ich dreh nochmal so. So, zack. Oh, schlecht. Ja, jetzt noch. Ich hoffe, du hast es mit mir gestellt. Noch mal ein Stunt. Mal schauen, ob er jetzt klappt. Ich dräng mich an. Yes! Bams! Da war aber knapp hier. Aber ging. Zack. Hast du ja gesehen. Oh, du Arsch. Jetzt muss ich aus dem Auto raus, weil es gleich explodiert. Geh doch raus, du dumme Fotz, ey. Oh, ja, klar. Ist eh klar. Du blöde Fächer. Du stehst da oben, Mann. Ich muss erstmal hier gescheite Waffen holen, sonst geht das nicht. Aber ich verliere ja eh immer. Das ist ja bekanntlich. Oder bekannt bei mir. Ey, hör auf! Oh, du... Da hat er mich schon wieder ver... Verzieh dich. Du triffst nicht. Oh, doch. Und jetzt hast du mich, weil ich noch auf den Boden lieg. Oder auch nicht. Oder doch. Oder nicht. Oh, aber jetzt. Der war fies. Oh, Mann. Ich will nicht immer sterben. Oh, mein Gott. Jetzt... Jetzt hol dir mal einen Wagen, ey. Ja, Mann, Alter. Ich hol mir einen Wagen. Okay, ich zeig dir, ob die Topf sind. Ja. Aber bitte verrat mich nicht, okay? So, eben noch erstmal Cola trinken. Und ich mal ein bisschen Chip essen. Genau. Ey, jetzt nicht killen, okay? Ja. 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 Das ist... Das ist... Ich warne dich. Ich hab ne Pump können. Ich wollte dich doch gar nicht killen. Deswegen hab ich ja gesagt, nicht killen. Okay, dann fahr du. Oder? Ich fahr. Steig ein. Wohin sollen wir? Hey, du bist doch ein Bär, ey. Mein Gott. Nein, nein, das passt. Hol den Wagen. Irgendeinen Wagen. Ja, warte, ich muss erstmal weg. Dann wird er nämlich, äh, gespawnt. Oder respawnt. Ähm. Eigentlich. Aber geht nicht. Egal. Dann folgst du mir. Lass mich jetzt rein. Nein. Ich, nein. Mach ich nicht. Arschloch. Arschloch. Oh ja, klar. Ist eklat. Nein, nein. Meine Fresse. Ich hab dich nicht mal... Ich hab dich nicht mal berührt. Du hast dich gerammt. Das könnt ihr... Nein. Ähm, liebe YouTube-Freunde. Das könnt ihr übrigens hier in dem Video sehen. Wenn, äh, er meint, dass es nicht so war. Ja, ich bin ja der Einzige, der dieses Video hochlädt. Er nimmt ja nicht auf. So. Bleib stehen. Oh. Ich wollte doch einsteigen. Jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. Oder auch nicht. Oh, nein. Oh, ja, klar. Scheiße. Oh, Mann. Oh. Scheiße. Rammte. Ich bin so schlecht. Ey, guck mal. Da haben wir jetzt einen Wagen. Hol den weißen Wagen. Na, Sentinel. Ja, bei dir. Ja, komm. Hol den. Hol den. Guck halt. Wo ist denn der? Sentinel. Ah, da vorne. Ich seh es. Warte, warte, warte. Ich muss erstmal hinrennen. Die alte Schlampe ist nicht so schnell. Sentinel. Ist das überhaupt Sentinel? Ne? Ja. Ich kenn mich mit den Fahrzeugen nicht so gut aus. Ey, Alter. Lass es. Ich hab ne Kompon. Ich würd mal sagen, es sieht eher wie BMW aus. Ja. Ja. Ein wirklich. BMW 3, ne? So. Folgt mir. Folgt mir. Alter. Sei mal hinter mir. Alter. Boah, deiner zieht besser, wie ich merke. Oh ja, du hast mir die Reifen abgeschossen, du Penner. Du bist ein Fieslinge, ich sag's dir. Ich frage mich gerade, was wir jetzt eigentlich machen. Wir wollten ja eigentlich, wir wollten ja eigentlich ein bisschen... Hier. Na, guck, da hast du den Helikopter. Ja, ich hab hier mehrere, warte. Ich steig mal in einen ein. Und du kriegst mich bestimmt nicht mehr. Oder doch. Hey, das kannst du doch nicht mit mir machen, ey. Da bin ich gerade drin. Wieso ist da eigentlich nicht Kugel gesichert? Mein Gott. So, ich komm nochmal zurück. Ja. Wir haben noch 3 Minuten 35. Dann ist es vorbei. Und in der Zeit hast du mich immer nur gekillt. Wuuu. Bäm. Warum so ruhig? Ich muss hier erstmal in das... Oh ja, klar. In das Flugzeug einsteigen geht aber leider nicht. Ah, dann nehme ich mir mal was, was du jetzt nicht sehen. Oh doch, du bist ja in der Nähe. Guck mal. Da hast du keine... Oh mein. Oh man, du bist so fies. Hey, komm. Okay, ich bin doch nett. Und ich mach... Oh, Alex ist beigetreten. Ah, den kenn ich, den kenn ich. Keine Chance mehr, jetzt kriegst du mich nicht. Oh nein. Hey, wie machst denn du das? Einfach schießen, oder? Würde ich mal sagen. Cheaten, nein. Cheaten, nein. Ich schieße nicht. Ja, nur noch 2 Minuten 33. Also nicht mehr viel. Zeit bleibt uns übrig. Naja, war ja einfach nur fun. Kein Problem. Dass ich immer gestorben bin. Ha 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 ha. Oh ja, ey. Alter. Ey, du triffst. Ey, jetzt komm. Bevor die Zeit rum ist, es sind nur noch 2 Minuten. Ich will einmal in den Heli steigen noch. Und Metal Will ist gerade beigetreten. Nur noch 2 Minuten 5, weil sonst schaffe ich es nicht mehr. Ich muss ja erstmal hier hinrennen noch. Killt der dich gerade? Metal Will oder wer das ist? Oder Alex? Oh, Alter, der dummer Alex. Der Alex ist nett. Lass den Alex. Der Alex hat... Und Oskar ist auch noch beigetreten eben. Ey, wir machen noch ein Video. Das kommt noch. Ey, lass es. Bitte. Okay, okay. Ey, wer... Oh. Alex beendete dich. Ey, was? Ey, fick dich, Alex. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Äh, aber... Ja, ist doch wirklich so. Die kennen hier wirklich keine Gnade. Moment mal, bitte. Ja. So, noch 1 Minute 15. Hat sie... Alter! Ey, ich mach das nie wieder. Wenn der mich immer killt. Da hab ich noch weniger Chancen zu überleben. Ich steig jetzt mal hier in diesen... Äh, Truck ein. Mit Alpha Male. Ist wahrscheinlich so... So ein Paketdienst oder so. Was weiß ich. Ist mir auch ziemlich Wurst. So, wo bist du? Ah, du bist an der anderen Seite. Okay, muss mal drehen hier. Boah, das geht ja richtig schlecht. Und nur noch 45 Sekunden, wie wir sehen. So, wieder da. Ah, ich dachte... Ja, ich hab geredet und so und du warst nicht da. Naja, egal. Ich muss ja irgendwie unterhalten. Das machen wir ja gerne. Aber ich seh dich nicht. Jetzt bist du ja wieder auf der anderen Seite. Lauri, äh, sorry Leute. Ähm, ich hatte ein Chips-Stück in meinem... Ähm, ähm... Naja, äh... Es... Naja, egal. Nennt man das so S. Also, ähm... Oh, scheiße. Ich komm hier nicht mal vorbei. Naja, das wird heute nichts mehr in dem Video. Wir haben noch 5 Sekunden. Und Corsil erledigte Oscar, wie wir sehen. Oder Chorzil, ne? So, okay. Das war das Deathmatch und Corsil ist auf Platz 1. Und ich bin leider 4. Platz. Und der Alex ist 2. Ja, wie wir gerade sehen. Und, äh... Ja, ich würde sagen... Das... Genau. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dennne, Freunde. Jo.